Musik Wir haben uns in diesem Workshop mit Procedural Audio beschäftigt. Das ist ein relativ neues Verfahren, was sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Da geht es darum, dass man tatsächlich für Spiele bzw. auch Animationen oder auch Film und Fernsehen Klänge in Echtzeit entwickelt, im Gegensatz zu aufnahmebasierten Verfahren. Musik